Nicht lachen, Spidey vs Yvonne. Wer heute mehr lacht, der muss diese kleine Tabasco-Flasche ächsen, Freunde. Ey, das war nicht abgemacht. Genau. Das war nicht abgemacht. Und sonst hätte sie nicht mitgemacht. Also, wer von uns beiden mehr lacht, bei deutsche Memes, der kriegt die hier in den Lachen gepfeffert. Freunde, ungeöffnet, original verpackt, 20.000 Euro hab ich dafür bezahlt. Und ich würde sagen, am besten nicht lachen, lass dein Abo auf Nacken da. Ja, ja, war fast schon rein, unabsichtlich. Will reagieren auf deutsche Memes, die lüften müssen. Shoutout an YouLookedExe, bester Meme-Kanal und leh. Go. Deutsche Memes, YouLookedExe, let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und nicht so da. Ja, genau. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Man, die wohl besser, Mann. Und die Sache mit dem Lüften. Man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so. Oder klatscht in die Hände. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem erneuten Video von mir hier auf meinem Kanal. Shit. Okay. Auch mit dir. Ich kenn dich noch nicht lange. Aber du bist in meinem Herzen. Du in meinem auch. Immer so, ja? Ich war noch nie in dem Club. Was? Ah, Spicker. Habt ihr mich gehört? Ich habe keine Angst mehr. 187, Hai und hungrig. War schon. Jetzt kommt Schnapp, das Krokodil. Ah, baby. War gut. War gut. Er hat es geschafft. Aber nur der Sternenhimmel hat eine Woche gedauert. Das hat Geralt gemacht. Ehrenbruder Geralt, mein Elektriker. Geralt von Riva. Toss a coin to your witcher. Oh welly, your fantasy. Der zieht sich nicht ab, gekotzt. Weil er eine Woche lang keine Monster jagen konnte. Der Witch Hunter. Was ist das wirklich? Ich bin nicht gut. Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich, wirklich? Ja, ja, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ja, ja. Zwei. Vier. Und. Oh mein Gott. Mir ist schlecht. Hör mal den Kübel. Oh Gott. Immer ich. Hör mal den Kübel. Ja, ja, ja. Karma, Alter. Komm schon. Liebe. Ja, ja. Aber erst mal noch vorhin, oder? Na, ich werde hier nicht suchen. Ja, bitte. Ich bin Deutsch. Ich bin Tim. Mir ist Karma. Karma. Nie zu früh, Freunde. Das ist echt so, Alter. Vielleicht Move. Ist es eine gruselige Haut überziehen. Ey, ich schwöre, man hatte nie den Bastelkleber. Ist so. Weißen Bastelkleber. Also ich habe weißen Bastelkleber, aber mit dem habe ich nie gebastelt. Boah, ist so. Du musst auf Naruto gucken, Mann. Beste. Das ist einfach beste Leben. Naruto. Das war nicht lustig, wenn man Naruto hat. Hast du dich schon eingetragen? Ja. Ah. Ist schon zu spät? Schon. Haben sie schon? Druck schon. Ah, schade. Hm. Ist eh nicht sein Auto. Kann man nichts mehr machen, ne? Kann man nichts mehr machen. Ja. Geben Sie, ja. Ich mach das. Klick's hier hin. Machst du auch noch hier rein. Wissen Sie was? Ist gar nicht mein Auto. War schon funny, aber... Ey. Was? Ich kenne so viele Geschichten auf den ganzen Schulen bei uns in Bayern. Bayern ist eine andere Welt. Wie schön. Bayern hat nichts mit Deutschland zu tun. Wie schön ist es euch? Wenn man draußen freuen will, wird aber noch eins an Spielen in der Weekend League übrig. Einfach auf Auto, ja? Aber ich lach nicht. Ich stelle jetzt meinem Bruder an. Ich gebe keine Hand. Gleiches Ergebnis. Erstes Mal. Das... Das... Kritisch die Lage. Ich struggle. Übelst. Der arme Junge. Der wird gemobbt morgen. Das... Was macht ihr mit dem, ja? Warum macht ihr dann so? Was wir gleich haben, wenn du so... Hauptschnomen. Super. Das zählt. Ich kau mein Nagel. Das ist... Das ist einfach wahr. Das war... Das war's gut. Das war meine Englischlehrerin. Grüße gehen wir raus. Blöde. Junge, wir müssen laufen. Mann, hör auf, deinen Lehrer zu beleidigen. Das zählt. Manni Boy, ich liebe den. Manni Boy wird überfangen. Hey, das ist der... Der Till, den wir beide gekauft haben. I kill you, mother... Ey, jetzt müssen wir mal zählen, wer mehr gelacht hat, Alter. 298 gefrorene Burgers, bitte. Keine Ahnung, wer jetzt mehr gelacht hat. Kein Bock, das nachzuzählen. 3,7 Milliliter. Wir teilen uns das jetzt hier fair. Das heißt, jeder zwei Milliliter. Ja. Wir haben beide so viel gelacht. Beide so viel gelacht. Wir müssen bestraft werden. Wenn ich, ich mach den Anfang, kommt das überhaupt raus? Ist das Scham? Nein, komm. Nö, Alter, das ist so gut wie gar nichts raus. Also kommt auch kaum raus. Noch einmal Kopf in den Nacken. Und dann reich, oder? Ja. Oh, schon der Geruch. Hast du gekochen? Ja. Junge, ich sag ihr, das ist echt tot, Mann. Das ist echt der Tod. Okay, oh, voilà. Und ich wollte das ganze Ding abnehmen. Das können wir mal ganz vergessen. Das bleibt viel für die nächsten Videos. Lasst ein Like da. Da ist so ein Pernotropfen in meinen Rappen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.